Hallo, ich bin Sarah, ich stehe vor der Uni und führe dich heute mal auf unserem Campus rum. Bei deinem ersten Besuch hast du bestimmt noch viele Fragen. Dann ist der Infopunkt deine erste Anlaufstelle. Hier kannst du auch deine Unikat validieren. Über die Uni-Halle gelangst du zu allen großen Hörsälen. Hier gibt es auch Geschäfte für den täglichen Bedarf. Auf der nächsten Etage findest du die Bibliotheken, darüber die Seminarräume und Prüfungsämter. Wenn du den Buchstaben folgst, wirst du dich zurechtfinden. Hier auf der Galerie findest du Platz für Kaffeepausen oder Lehren. Außerdem kommst du von hier aus zu den meisten Fachbereichen der Uni-Bib. Weitere Fachbereiche findest du im X-Gebäude. Dieses Semester passiert besonders viel digital. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, findest du sie hier bei der Anwenderberatung des BITS. Hier findest du die Sportplätze. Die Volleyball- und Tennisplätze kannst du über den Hochschulsport buchen, genauso wie viele Sportkurse. Wenn du großen Hunger hast, bist du nebenan in der Mensa richtig. Hier gibt es mittags was Warmes, auch für Vegetarier. Kaffee und Snacks findest du hier in der Cafeteria. Hier geht es übrigens zu den Seminarräumen und Hörsälen. Wir sind ja schließlich nicht nur zum Essen hier. Ich geh jetzt noch ein bisschen in die Bippen. Vielleicht sehen wir uns da ja bald. Istart. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020